Herzlichen Glückwunsch, was für ein Spiel heute, oder? Alles drin, nicht zu viel versprochen von dem Topspiel, genau das haben wir bekommen. Ja, was aus deiner Sicht hat es zum Topspiel gemacht? Erst mal die Kulisse, die war wirklich würdig. Unglaubliche Atmosphäre mit der Choreo beim Einlaufen. Das merkst du einfach als Sportler, dass das kein gewöhnliches Spiel ist. Zwei fantastische Fanlager, die nochmal extra Atmosphäre da reinbringen. Und zwei wirklich gute Handballmannschaften. Ich glaube, dass wir auch als diesen Südgipfel, den man da angekündigt hat, dass das auch gehalten wurde, dass einfach zwei sehr, sehr gute Teams aufeinander getroffen sind unterhalb der ersten und zweiten HBL hier in Süddeutschland. Einfach sich wirklich mit allem, was dazugehört, gemessen haben. Und ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft, weil sie das richtig, richtig gut gemacht hat. Also die Woche war intensiv. Wir haben uns intensiv darauf vorbereitet, sowohl körperlich als auch vom Input her. Und die Jungs haben das wieder richtig gut umgesetzt und auf die Platte gebracht. Und ja, dann gegen Oppenweiler. Fast die gesamte Spielzeit das von vorne weg zu spielen, das ist alles andere als selbstverständlich. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Du sagst es, immer vorne weg gespielt, immer in Führung gelegen. Es gab vielleicht zwei schwierige Phasen. Habt ihr euch dann aber auch schnell wieder gefangen. Was war denn der Schlüssel? Vor allem die spielerische Qualität von Felix Spross und Christus Erephopoulos heute auf einem ganz hohen Niveau? Ja, es sind zwei große Themen. Das eine ist, dass du hinten weiterhin diese Stabilität hast und der HCOB einfach richtig viel arbeiten muss, um gute Wurfpositionen zu bekommen. Dass wir auch die Kreisläufer, die sonst so stark sind, ganz, ganz okay im Griff haben. Und die Rückraumspieler nicht so leicht in die Wurfsituationen kommen, aber auch nicht so viele Bälle leicht zum Kreis bringen. Das immer mit einer Schwierigkeit, mit einem Risiko auch verbunden ist. Das haben die Jungs wirklich gut gemacht. Da haben wir auch sehr viel investiert diese Woche im Training. Das haben sie fantastisch umgesetzt. Und dann greifen wir wirklich gut an, beweglich, schnell, spielstark, ballsicher. Und vermeiden diese Unterbrechung, die diese Abwehr von Oppenweiler unbedingt haben will und braucht. Und lassen sie mehr laufen, als dass sie uns unterbrechen über weite Strecken. Kommt dadurch in die Abschlüsse und kommt dadurch in den Rückzug. Und das ist das, was den Erfolg dann am Ende ausmacht. Was bedeutet jetzt dieser Erfolg? Es war der zehnte in Serie. Das ist schon eine Hausnummer. Jetzt auch der direkte gewonnene Vergleich mit Oppenweiler war es schon ein wichtiger Schritt. Wir schauen bei allen Gegnern, die da oben sind, vor dem Spiel auf das Hinspielergebnis. Also wir wissen das immer auf der Bank, wie das Hinspielergebnis war. Und haben diesen direkten Vergleich auf dem Schirm. Und das bedeutet, dass wir bestätigt sind in der Arbeit, die wir machen, in den Themen, die wir haben, in der Art, wie wir spielen wollen. Das bedeutet, dass wir heute auch nicht nur von der Spitze, sondern auch von der Breite profitiert haben. Zum Beispiel auf außen, wo Sami in der zweiten Halbzeit wahnsinnige Performance auf die Platte bringt. Auch defensiv. Und wo Veit heute, ich weiß nicht, 30 Minuten, über 30 Minuten glaube ich sogar, das Spiel auch 100% Quote im Abschluss hat. Und uns wirklich richtig hilft. Und das ist geil, mit so einer Mannschaft zu arbeiten, wo du nie weißt, wer ist es denn heute? Lars Michelberger, der einer unserer besten Torschützen ist, hat heute ganz, ganz wenig Aktionen überhaupt nur gehabt. Die aber auch sehr wertvoll für uns waren. Zum Beispiel die beiden Überzahlangriffe in der Phase der zweiten Halbzeit, wo wir Tore gebraucht haben, um weiter fortzulegen. Und ja, ich bin super stolz auf meine Mannschaft, auf die Art und Weise, wie sie es heute gemacht haben. Und das heißt für uns, genau so weitermachen, arbeiten, konzentriert sein, demütig bleiben und mit der gleichen Ernsthaftigkeit und dem gleichen Willen und Leidenschaft sich auf das Spiel in Pforzheim vorzubereiten. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, aber wir haben es auch gerade eben schon kurz angesprochen. Gib uns doch mal einen Einblick ins Innenleben eines Trainers und vor allem des Trainers Jörg Lützeberger, der die letzten Monate bei der HSG besonders aufsaugt. Ja, die Headline, die ich mir selber gegeben habe und auch der Mannschaft, als wir meine Entscheidung mitgeteilt haben, gesagt habe, ist, ich möchte dieses Mantra der All Blacks New Zealand Rugby Team, leave the jersey in a better place. Mach etwas, dass du dir das Trikot, das du anziehen darfst für den Verein, wenn du es wieder abgibst, in einem besseren Zustand und einen besseren Punkt abgibst. Und auf diesem Weg befinde ich mich so ein bisschen und möchte einfach für Vitor und für die HSG eine Mannschaft in den Sommer bringen, die im Best Case 2. Liga spielt nächste Saison, aber in jedem Fall in einer guten Verfassung ist, eine klare Idee hat vom Spiel. Da steckt eh schon ganz viel von Vitor drin. Er wird dann noch ein bisschen was von seinem Handball noch mit mehr dazu würzen. Und die Jungs sollen Freude am Sport haben, sollen zusammenarbeiten, sollen immer professioneller arbeiten. Ich glaube, das ist etwas, was uns in diesen zwei, drei Vierteljahren bis jetzt ganz gut gelungen ist in der Entwicklung für die HSG. Und dann möchte ich im Juni zufrieden sein, wenn ich mein letztes Spiel gemacht habe mit der Arbeit, die ich für das Trainershirt der HSG und für den Verein, für diese Mannschaft gemacht habe. Heute Abend bin ich voll mit mir im Rhein und voll zufrieden. Und dann werde ich mir nächste Woche Gedanken machen, was es noch braucht an Zutaten und was ich noch tun kann, um das Schiff weiter in die richtige Richtung zu steuern, solange ich darf.